Da gibt es also einiges zu diskutieren. Die Spitzenkandidaten, die sind jetzt bei Chefredakteur Gerd Endrich. Danke Daniel und ein Dank an die Spitzenkandidaten, dass sie jetzt zu uns gekommen sind. Beginnen wir mit der Landeshauptmann-Partei, Herr Landeshauptmann Wallner. Sie haben vor der Wahl das Ziel ausgegeben, erstens mindestens 40 Prozent darüber, zweitens stärker zu werden. Jetzt haben Sie ja auch noch ein Mandat dazu geholt. Alles rundum zufrieden? Alles klargegangen? Also ich bin mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden. An erster Stelle an Dank an die Wählerinnen und Wähler für großes Vertrauen, das uns geschenkt wurde. Ein eindeutiger Vertrauenszuwachs, so wie es aussieht, der stärkste Zuwachs überhaupt von den Parteien. Und natürlich auch an Dank an alle, die mitgelaufen sind. Es sind heute viele da. Da wurde echt gekämpft bis zur letzten Minute. Sie haben recht. Ich habe gesagt, wir wollen über 40 Prozent kommen bei zwölf Parteien am Start. Gar keine leichte Aufgabe. Jetzt gibt es einen sehr schönen Zuwachs und darüber können wir uns eigentlich nur freuen. Bei der Wahltagsbefragung hat sich herausgestellt, dass Sie der Hauptgrund waren, dass die ÖVP-Wähler dann ÖVP gewählt haben. Bei den inhaltlichen Standpunkten hat die ÖVP ein bisschen Schwächen. Muss man dann nachschärfen auch bei der inhaltlichen Ausrichtung, weil die Wähler offensichtlich das nicht so verstanden haben? Ja, also ich verstehe das so, dass ja auch die Regierung insgesamt sehr positiv bewertet wurde. Was ja auch bedeutet, dass das, was wir an Inhalten auf den Tisch gelegt haben und auch die Regierungsarbeit der letzten Jahre insgesamt belohnt wurde, weil ja beide Parteien in der Regierung auch zulegen konnten. Ich glaube, das ist in Summe ein sehr, sehr erfreuliches Zeichen, dass wir als Regierung gesamt auch einen Vertrauenszuwachs insgesamt haben und als Partei den Stärksten. Da kann ich jetzt nicht ablesen, dass es inhaltliche Schwächen gegeben hätte sollen. Da muss man vorsichtig sein. Es gibt noch viel Zeit, darüber nachzudenken, was man noch besser machen kann. Es kommen wieder Wahlen, aber mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Und im Übrigen, Luft nach oben gibt es immer. Es würde sich jeder freuen, wenn es noch besser ist. Aber ich bin rundum zufrieden mit dem, was herausgekommen ist. Sie haben es schon gesagt, die Grünen haben auch zugelegt. Stärkt das die Verhandlungsposition der Grünen, Ihres bisherigen Koalitionspartners? Also noch einmal, es ist natürlich in erster Linie ein positives Zeugnis für die Regierungsarbeit der führenden Volkspartei. Aber natürlich, ich nehme die Grünen mit hinein, wir haben gemeinsam diese Arbeit geleistet und die Regierung wurde insgesamt gestärkt. Das ist schon etwas, was man sehen muss. Wir werden in Gespräche eintreten und sehen, wie es weitergeht. Ich habe angekündigt, mit allen Parteien auch Gespräche zu führen. Dabei wird es auch bleiben, logischerweise. Aber ich habe auch registriert, dass das Vertrauen der Bevölkerung insgesamt in diese Regierung gewachsen ist. Das klingt ja schon fast so, als wäre die Neuauflage von Schwarz-Grün-Fix. Das will ich so noch nicht sagen, aber ich habe schon gesehen, wo der Wählerwille jetzt steckt. Aber wie gesagt, wir müssen viele Details klären. Es muss in Verhandlungen eingestiegen werden. Wir gehen beide gestärkt aus diesen Verhandlungen heraus. Wir besonders gestärkt, mit einem sehr klaren Auftrag auch zur Bildung dieser Regierung. Auch persönlich sehr gestärkt. Das wird sich klären. Wir werden schon am Dienstag damit beginnen. Ich werde Parteien einladen, eine erste Runde abzuhalten und einmal schauen, wie die Themenlage sich auch darstellt. Und dann glaube ich, dass wir sehr rasch in konkrete Verhandlungen einsteigen können. Es sollte jedenfalls deutlich schneller gehen wie in Wien. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Kommen wir zu dem Freiheitlichen. Herr Bitschi, fast zehn Prozentpunkte stand jetzt aus der Hochrechnung gegenüber 2014 verloren. Vier von neun Mandaten verloren. Nur noch Platz drei hinter ÖVP und Grüne. Haben Sie mit einem solchen Desaster gerechnet oder haben Sie dieses Ergebnis befürchtet? Ja, natürlich war es eine sehr schmerzliche Niederlage. Man hat ein bisschen damit rechnen können. Ich habe gesagt, im Endeffekt haben uns diese letzten zwei Wochen schlicht und ergreifend nicht gereicht. Und die ganzen Geschichten, was da über uns hereingebrochen sind, auf Wiener Basis irgendwie noch zu korrigieren. An der Stelle einen wirklich herzlichen Dank an alle, die uns in dieser schwierigen Phase gewählt haben. Und vor allem an mein Team, an unsere Funktionäre, an unsere Wahlhelfer. Die haben in den letzten Wochen wirklich Übermenschliches geleistet. Trotz diesem massiven Gegenwind nochmal alles getan bis zur letzten Sekunde. Ja, und jetzt geht es darum, den Blick nach vorne zu richten und die Arbeit für Vorarlberg zu beginnen. Natürlich schon mit Blick in Richtung Landtagswahl 2024. Ist nur das Theater um die Bundespartei, um die freiheitliche Bundespartei schuld an diesem Ergebnis heute hier in Vorarlberg? Oder machen Sie sich selber auch Vorwürfe? Haben Sie auch Schwächen gehabt bei Ihrer ersten Wahl als Landesparteiobmann und als Spitzenkandidat? Ich bin eigentlich keiner, der Verantwortungen abschiebt. Aber wenn man sich ein bisschen vor Augen hält, was in den letzten zwei, drei, vier, fünf Monaten auf uns Freiheitlichen hereingebrochen hat, dann war es klar, dass dieser Wahlgang unheimlich schwierig für uns wird. Ob ich Schwächen habe? Die erste Wahl ist immer eine besondere Wahl. Wahrscheinlich werde ich bei der nächsten Wahl noch viel erfahrener sein, wie ich es diesmal war. Haben Sie vielleicht einen Fehler gemacht, dass Sie sich nach Auftauchen des Ibiza-Videos zu wenig von der Bundespartei distanziert haben? Das wurde auch Ihnen oft in Vorarlberg vorgeworfen, dass Sie da immer noch versucht haben, irgendwo eine Brücke zu bauen, statt da klaren Strich zwischen Bundes- und Landesorganisationen zu machen. Sie haben es gesagt, man hat sehr viel darüber diskutiert. Ich habe mich wenige Stunden nach Bekanntwerden dieses Videos sehr deutlich positioniert. Ich habe mich auch nach der Spesen-Affäre sehr deutlich positioniert, war der Erste, der gefordert hat, dass es einen klaren Strich zu Strahe gibt. Im Endeffekt haben die letzten zwei Wochen einfach nicht gereicht, um die Vorarlberger davon zu überzeugen, dass wir in Vorarlberg anders sind. Wir haben jetzt wieder fünf Jahre Zeit und ich bin guter Dinge, dass ich mit meinem Team hier einen ordentlichen Akzent setzen kann und dass wir 2024 hier stehen werden und sehr viel glücklicher sein werden. Da höre ich heraus, persönliche Konsequenzen und solche denken Sie nicht, trotz dieses Ergebnisses heute? Na, wie gesagt, ich bin keiner, der davonläuft, wenn es schwierig wird. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass ich einer bin, der mit schwierigen Situationen auch gerne umgeht und ich hoffe, dass wir 2024 hier stehen mit einer guten Situation und mit einem guten Wahlergebnis. Vielen Dank, Herr Bitschi. Herr Landessart Rauch, die Grünen haben 2014 das beste Ergebnis in einer Landtagswahl in Vorarlberg erreicht, jetzt noch einmal getoppt, dazu auf Platz zwei an der FPÖ vorbeigezogen. Haben Sie damit gerechnet, dass dieser Erfolg noch einmal so ausfallen könnte? Nein, habe ich nicht, ganz ehrlich. Es ist ein riesengroßer Vertrauensbeweis für die Grünen. Dafür möchte ich mich bei allen Wählerinnen und Wählern ganz herzlich bedanken, auch bei meinem Team, das in den letzten zwei Wochen mit wenig Ressourcen Unglaubliches geleistet hat. Ich möchte auch gratulieren der ÖVP zu ihrem Mandatszugewinnen, den Neos zur Erregung des Clubstatus und auch der SPÖ zum Mandatsgewinn. Ich glaube, der Wahlkampf war insgesamt von einer wohltuenden Sachlichkeit geprägt und das ist auch nicht selbstverständlich. Zu unserer Situation, natürlich freut es mich riesig, als Juniorpartner in einer Regierung noch einmal dazu zu gewinnen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob es das so schon einmal gegeben hat. Zeigt für mich allerdings auch, dass Sacharbeit doch noch was zählt, Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen was zählt und dass Klimaschutz und soziale Politik gezogen haben. Glauben Sie, ich habe die Frage auch dem Herrn Landeshauptmann vorgestellt, dass dieses Ergebnis, dieses grüne Ergebnis, Ihre Verhandlungsposition in den nächsten Wochen stärken wird? Also ich teile die Einschätzung, dass insgesamt die Regierung gestärkt worden ist. Das ist ja ablesbar, auch aus dem Wahlergebnis. Ich glaube, dass die schwarz-grüne Regierung gute Arbeit geleistet hat. Wir gehen gestärkt aus den Wahlen hervor und es wird mir eine Freude sein, mit dem Landeshauptmann zusammenzusitzen und über die nächsten fünf Jahre zu reden. Da wird dann auch das eine oder andere heikle Thema zur Sprache kommen. Wir haben im Wahlkampf gemerkt, es gibt über weite, weite Strecken Übereinstimmung zwischen der ÖVP und den Grünen. Bei großen Straßenbauprojekten, da geht die Schere ein bisschen auseinander, gerade bei einem großen Straßenbauprojekt, da ist 18, eine Autobahnverbindung von Vadelberg in die Schweiz. Da gibt es schon hinter den Kulissen die Worte, naja, das werden die Grünen aussitzen, weil die nächsten fünf Jahre kommt es sowieso noch nicht. Also die größte Herausforderung, die wir jetzt haben, ist tatsächlich beim Klimaschutz in die Gänge zu kommen und deutlich schneller, deutlich rascher vorwärts zu marschieren. Wir haben einen einstimmigen Landtagsbeschluss gefasst im Juli, wo ein Maßnahmenpaket verankert worden ist. Und da jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, das ist das Gebot der Stunde. Zweite Säule, soziale Politik. Wir haben ein Grundsicherungsmodell gemeinsam ausgearbeitet, von dem ich immer noch hoffe, dass es bundesweit Furore machen könnte. Jetzt wird man schauen, wie das in Wien weitergeht. Und die dritte große Herausforderung der nächsten fünf Jahre ist, Wohnen leistbar zu machen. Da haben wir genug zu tun. Sie haben ja das Stichwort gegeben, wie das in Wien weitergeht. Wie soll es denn in Wien weitergehen? Ist das ein Modell, schwarz, beziehungsweise dann türkisgrün, auch für die Bundesregierung? Die einzige Prognose dazu, wir werden in Vorarlberg sicher rasch eine Regierung haben als in Wien. Das traue ich mich sagen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es in Vorarlberg schwarz-grün weitergeht, ist auch höher als im Bund. Aber mehr würde ich heute nicht dazu sagen wollen. Vielen Dank, Herr Landersrat Rauch. Herr Staudinger, das erste Mal seit Jahren steht beim SPÖ-Ergebnis, Stand jetzt, dann aus der Hochrechnung, ein Plus davor im Vergleich zur letzten Wahl. Auch ein Mandat dazu gewonnen. Haben Sie alles richtig gemacht? Weil das war ja das erklärte Ziel. Ja, ich möchte mich zunächst auch bei allen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger bedanken, die heute zur Wahl gegangen sind und besonders bei jenen, die SPÖ gewählt haben. Es ist tatsächlich nach über 15 Jahren endlich wieder ein Plus vorne. Das war das erklärte Wahlziel. Das freut uns sehr. Und so wie es momentan aussieht, sogar ein Mandatszugewinn. Das wäre das zweite Wahlziel. Also wir sind sehr, sehr froh, dass wir das geschafft haben. Das dritte Ziel, wieder einmal zweistellig zu werden, das wird möglicherweise verfehlt. Das ist ein kleiner Mangel in Ihrer Bilanz. Aber insgesamt heißt das für die Sozialdemokratie, auch in Vorarlberg, man wird kleine Brötchen backen müssen und die Schritte werden kleine sein, keine großen. Das wird ein harter Weg werden, wieder von einer Kleinpartei zu einer Mittelpartei zu werden. Ja klar, ich habe ja erst vor einem Jahr den Parteivorsitz übernommen und bin auch ein Kandidat, der zum ersten Mal angetreten ist. Ich war bislang auch nicht im Landtag. Das heißt, der Weg beginnt erst jetzt so richtig und ich freue mich über die nächsten Jahre. Ist das ein kleiner Schritt auch, um die Bundespartei zu unterstützen? Die macht ja auch relativ schwere Zeiten durch momentan. Ja, die bundespolitischen Rahmenbedingungen waren sicherlich nicht sehr einfach. Die Nationalratswahl vor zwei Wochen mit einem deutlichen Minus, dass wir es hier zwei Wochen später geschafft haben, dass ein Plus vorne steht, freut uns sehr. Aber das mache ich, ohne jetzt andere zu kritisieren oder der Bundespartei was auszurichten. Sondern ich glaube, jeder muss in seinem Verantwortungsbereich handeln und seinen Weg gehen. Und dann klappt es auch für die SPÖ überall. Vielen Dank, Herr Staudinger. Frau Schäfknecht, NEOS haben zugelegt, ungefähr 1,5 Prozentpunkte und ein großes Ziel erreicht. Beim zweiten Mal Antreten bei einer Vorarlberger Landtagswahl den Klubstatus erreicht. Der glücklichste Tag in Ihrem Politikerleben? Ich glaube, der glücklichste Tag in meinem Politikerleben ist dann, wenn Vorarlberger Bildungsland Nummer 1 ist. Aber Sie haben es vorher gehört. Sie haben es gehört. Wir feiern heute. Die NEOS sind heute da. Und wir haben wirklich Grund auch zum Feiern. Weil unser großes Ziel-Klubstatus haben wir erreicht. Dank der vielen Wählerinnen und Wähler. Dank auch der vielen engagierten Persönlichkeiten, die bei uns ja alle ehrenamtlich arbeiten. Ich verneige mich vor euch. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da mitgemacht habt. Inhaltlich haben Sie ja mit dem Slogan, wir stellen Bildung über alles, operiert in diesem Wahlkampf und offensichtlich auch gepunktet. Wie wollen Sie das jetzt in der realpolitischen Landschaft im täglichen Leben und im Landtag umsetzen? Gleich wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben, mit ganz viel Druck. Mit dem, was ich ja auch angekündigt habe, dass nämlich die ÖVP oder die neue Landesregierung nicht an unseren Themen vorbeikommen wird. Und wir haben zu Ende der Legislaturperiode noch einmal bewiesen, dass das möglich ist, auch als Kleinpartei. Jetzt gehen wir deutlich gestärkt aus diesen Landtagswahlen hervor. Und die Herren dürfen sich warm anziehen, glaube ich. Die ÖVP und mit Landeshauptmann Wallner hat ja zumindest mathematisch die Chance, dass er mit jeder dieser Partei eine Koalition bilden könnte. Frau Schäfknecht, an Sie die Frage, was können Sie denn dem Landeshauptmann anbieten, das auf sich vielleicht doch noch überlegt, weil die Präferenz ist schon eher Richtung Grün. Ich glaube, die Präferenzen sind klar und das war aus meiner Sicht auch für zehn Jahre so angelegt. Wir NEOS können Opposition und wir werden eine ganz, ganz starke Oppositionskraft sein und Druck machen, speziell in unseren Bereichen im Thema Bildung, das uns ein Herzensanliegen ist. Aber auch, wenn es um die Verbindung von Wirtschaft und Umwelt geht und auch, wenn es um die transparentesten Wahlkampffinanzierungen und Parteienfinanzierungen in Österreich geht, wir haben einen Beschluss, der das besagt. Und jetzt geht es an die Umsetzung. Ich bin schon sehr gespannt, wie wir das dann umsetzen im Land. Frau Schäfknecht, meine Herren, vielen Dank für diese ersten Reaktionen und zurück zu Daniel Rhein.